So, da sind wir da, bei Metal Gear Rising Revengeance. Immer noch im Kampf. Den ich übrigens nicht ganz toll finde, deswegen. Normalerweise sollte man sich an denen aufheilen, aber die sterben sofort durch diese Laser. Und die Laser, die sind echt scheiße. Weil die kommen immer genau dann, wenn man gerade den Typen hier hacken will. Und aus denen eigentlich Leben ziehen will, aber... Ne? Doof. Schießt die mal ab. Danke. Die kann man anscheinend nicht ausnehmen, aber ich kann mich erinnern, dass ich das einmal konnte. Irgendwie. Vergisset. Okay, vergisset doch nicht. Der trifft echt immer. Wirklich immer. Damit hätte er eigentlich gar nicht treffen können, weil ich war ja schon längst weg. Das kann ich wieder vergessen. Tschüss. Aber danke, dass du die trotzdem zerstörst. Auch wenn ich dein Feind bin, hilfst du mir. Netter Kerl. Die hättest du aber ruhig vorher schon kehren können. Denn ich will nicht noch mit denen hier... Bitte. Kämpf doch wie ein Mann. Wirklich. So kann man übrigens auch ganz gut ausweichen. Wie es mir scheint. Oder auch nicht. Okay, ich soll vielleicht doch wieder... abwehren. Und jetzt wirst du zerschnibbelt. Mach ich ihn jetzt endlich kaputt. Hoffe ich mal. Hauptsache, das macht ihm keinen Schaden. Dann macht ihm hoffentlich das hier Schaden. Ja, das macht ihm Schaden. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Ja, dicht zersäge ich hier. Nein, 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 das ist nicht übertrieben. Der ist schon zerstört. Ich sehe, ich denke, ich schaffzerne. Der ist schon zersäge. Ja, der ist schon zersäge. Ich sehe, ich weiß. Wie ist schon zersäge ich hier? Oh, you've got to be kidding me! Let's go! The hell are you thinking? Played college ball, you know. That's some cushy Ivy League school. Try the University of Texas. I'm going to go on pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the present in two. With my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Nö, irgendwie hab ich keinen Bock, dich richtig anzugreifen. Der hat den übelsten Angriff. Deswegen immer schön auf Distanz bleiben. Ja, und deswegen komme ich dir nicht zu nahe. Ich bin nicht blöd. Und trotzdem werde ich getroffen. Und wird einfach immer getroffen. Durch irgendwas. Kann das jetzt bitte enden. Ja, danke. Danke. schnize. Und ich runter klein. Ich bin super gefährlich. Entweder losinnen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist die ganze Zeit. Und deine Verkaufs-Rate? Du hast keine Präsenz. Du hast alle anderen. Wenn die Amerika zu schweigen, dann bist du nur ein Maggot, die in der Pile. Alles klar. Die Wahrheit dann. Du bist richtig über eine Sache. Ich brauche Kapital und Votes. Willst du wissen, warum? Ich habe einen Traum! Was? Dass jeden Tag jeder Person in dieser Nation kontrolliert seine eigene Destinie. Ein Land der wirklich freiwillig, verdammt! Eine Nation von Aktion, nicht Wort, regiert durch Streich, nicht Komitee! Wo die Regierung verändert, um den individuellen. Nicht die andere Richtung. Wo die Macht und Justiz sind zurück, wo sie gehören. In den Handen der Menschen! Wo jeder Mensch ist frei. Um zu denken, um zu denken. Um zu selbst. Schrauben alle diese Leipzig-Liarsen. Chicken-Shit-Bureaucrats. Schrauben diese 24-7-Internet-Führung von Trivia und Celebrity Bullshit. Schrauben die Amerikaner Frieden. Schrauben die Medien! Schrauben alle diese! Schrauben die Amerikaner Frieden. Schrauben die Amerikaner Frieden. Schrauben die Karte. Es gibt keine Erlösung. Wir müssen sie wegziehen. Schrauben die Karte. Schrauben die Karte. Und von den Schrauben in Amerika werden wir, die Amerikaner Frieden werden! Schrauben die Karte werden. Schrauben die Karte werden. Schrauben werden sie verbrechen. Und die Karte werden sie schrauben. Schrauben die leben, wie sie sehen. Schrauben die Amerikaner Frieden werden. Schrauben die Amerikaner großartig wieder! Was zur Hölle sprechen Sie? Was gibt dir schon? Änder hast du noch nicht before. Ich nutze Kräuter als Verrare. Ich bin bereit, um zu wählen zu werden, damit ich die Krieg zu enden. In meinem neuen Amerikanischen Menschen sterben und sterben. Für was sie glauben! Nicht für Geld, nicht für Öl! Nicht für was sie sagen, dass es richtig ist. Jeder Mensch wird bereit sein, um seine Krieg zu kämpfen! So, was du denkst? Wie hast du gewählt? Na ja, ich schreibe meine eigenen Sprache. Wir müssen versuchen, gegen das, was du glaubst. Ich bin ein wenig Zeitpunkt, Jack. Nicht für eine Firma, eine Nation oder für jemand anderes. Vielleicht war ich falsch über dich. Ich bin ein wenig Zeitpunkt, Jack. Ich bin ein wenig Zeitpunkt. Ich bin ein wenig Zeitpunkt, Jack. Du bist nicht schuldig. Ich bin ein wenig Zeitpunkt. Du bist ein wenig Zeitpunkt. Du bist ein wenig Zeitpunkt. Du bist die Mutter von allen Omeletten hier, Jack. Du kannst nicht mit allen Ecken schlafen. Nicht wie du schlafenst die Wege, Freund. Was wunderschön? Du warst nicht so schlafen. Du hast nie getrennt. Ich bin Hunger. Ich weiß nicht, was es zu kämpfen ist. Und zu sterben. Und zu sterben. Und zu sterben. Aber du hast zu sterben. Mit einer starken Kraft der Willen, folgenden deinen eigenen Regeln. Mit deinen eigenen zwei Händen, du zurückgebracht hast du dein Leben. Und jetzt, ich nehme deinen. Wie soll ich das schaffen ohne eine Waffe? Spinnt der? Soll ich hier wieder warten, oder was? Denn das überlebe ich nicht. Ist schlichtweg dumm. Kannst mich jagen, aber mich nicht fangen. Kannst mich sprengen, aber dann trust du mich. Und jetzt? Kann ich vergessen. Sag ich ja. Okay, richtig draufballern. Aber das macht jetzt auch nicht so viel Prozent. Fall doch einfach um. Das hat überhaupt keine Prozente gemacht, was er dann am Ende gemacht hat. Oh Gott. Was ist das? Sie sterben! Nanomachines, son! Sie schlafen in Antwort auf psychische Trauma physisch. Du kannst mich nicht schlafen, Jack! Was habe ich gerade gesagt? Zeit für das Ende! Die! 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 Sie sagten, meine sword war eine Handlung der Justiz. Nicht benutzt in Angst. Nicht benutzt für Vengeance. Aber jetzt... Jetzt bin ich nicht so sicher. Und nebenher... Das ist nicht meine sword. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!